ein herzliches willkommen zurück zu einer folge von fernbus simulator busbord system sound design wir werden heute unsere fahrt in der linie 600 von münchen nach berlin fortsetzen und zwar sind wir ja in der letzten folge hier in leipzig stehen geblieben bzw da habe ich das video beendet und heute werden wir beim bestem wetter das video bzw die fahrt nach berlin beenden so da stehen unsere fahrgäste die wir nach borden müssen warum wir heute so ein bus haben weiß ich nicht ich weiß ich hatte beim letzten mal einen schwarzen bus und auch naja warum das jetzt wieder der ist kann ich euch leider nicht sagen das liegt wahrscheinlich am spiel wenn man das spiel dann neu lädt nun ja werden wir einfach weitermachen damit wir dann von leipzig nach berlin fahren können ich werde hier die gepäckklappe öffnen genau so und dann werden wir mal ein bisschen borden hier dort stehen die herrschaften haben wir mal mit dieser frau an genau genau nach berlin du möchtest nach berlin auch du darfst mitfahren du du möchtest nach berlin du möchtest nach berlin du möchtest nach berlin du möchtest nach berlin kiel tut mir leid tut mir leid aber du kannst nicht mit kannst nicht mitfahren so berlin haben wir sie dann alle doch sieht gut aus nur die dame darf leider nicht mitfahren dann schließen wir die klappe mittlerweile hat so oft gehört zu regnen das ist sehr schön steigen ein und können dann unsere nächste aktuelle ansage abspielen und zwar die begrüßung hier in leipzig auf geht's sehr geehrte damen und herren im namen unserer busgesellschaft wollen wir alle hier zugestiegenen fahrgäste an bord der express buslinie 600 auf der fahrt von münchen zentraler omnibus bahnhof nach berlin zentraler omnibus bahnhof recht herzlich begrüßen bitte nehmen sie platz und machen sie es sich bequem an bord des busses steht ihnen im hinteren bereich eine toilette zur verfügung sowie ein kostenloser zugang zum internet zugangsdaten finden sie in der broschüre die sich in der tasche des vordersitzes befindet des weiteren haben sie die möglichkeit über einen usb anschluss ihre mobilen geräte mit strom zu versorgen wir wollen sie darauf hinweisen dass das rauchen im bus nicht gestattet ist zudem gilt während der fahrt für alle fahrgäste eine gurt und anschnallpflicht die aus sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist herr michael schmidt ist heute der fahrer auf dieser fahrt bitte beachten sie dass aus sicherheitsgründen während der fahrt an den fahrer keine fragen gestellt werden dürfen sollten sie jedoch fragen haben steht ihnen unser fahrer während den zwischenstops gern zur verfügung wir wünschen ihnen jetzt eine angenehme fahrt und freuen uns darauf sie sicher und komfortabel an ihr ziel zu bringen unser nächster planmäßiger halt ist berlin centraler omnibusbahnhof dear ladies and gentlemen on behalf of our bus company we would like to warmly welcome all passengers who have boarded the express bus line 600 traveling from berlin central bus station to munich central bus station please take a seat and make yourself comfortable on board the bus you have access to a toilet in the rear section as well as free internet access the access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat additionally you have the option to charge your mobile devices through a usb port we would like to remind you that smoking is not permitted on the bus for tamor all passengers are required to wear seatbelts during the journey which must be strictly observed for safety reasons mr michael schmidt is your driver for today's journey please note that for safety reasons no questions can be asked of the driver during the journey however our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops we wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination our next scheduled stop is berlin central bus station ja ihr habt es gehört wir fahren jetzt nonstop nach berlin das sind jetzt auch nicht mehr so viele kilometer 208 noch noch etwas zu dem ganzen bus board es ist in jedem szenario und in jeder tour immer wieder andere busfahrer zu hören also das sind keine 0815 ansagen sondern es gibt jedes mal andere busfahrer die dort wirklich richten echte busfahrer die dort eingesprochen haben nur damit ihr dabei bescheid weiß und ich denke das sind einfach irgendwelche immer dieselben 0815 ansagen sondern es sind richtige busfahrer jedes mal andere busfahrer und das ist genauso wie beim flight board also mit dem flugzeug dort sind haben echte piloten angesprochen also wirklich echte piloten die wirklich echte maschinen fliegen kürzlich hat noch eine a380 airbus flieg für pilot ein szenario beziehungsweise dann ein szenario die ansagen eingesprochen also es sind wirklich wirklich leute die ahnung davon haben leute von fach die hier tätig sind und das ganze einsprechen also das muss man sich wirklich mal auf der zunge zu gehen lassen wirklich absolute top arbeit von fair system also wirklich mein allergrößter respekt muss ich wirklich sagen soviel dazu dann hoffe ich mal dass wir jetzt eine ruhige fahrt bis nach berlin haben und nichts nennenswertes dazwischen kommt da ist jetzt natürlich zur autobahn kommen grüne welle das gefällt mir das ist doch sehr schön schnell fahren wollen wir auch nicht passt doch alles wunderbar wir fahren jetzt raus aus der stadt richtung autobahn über die spur wechseln doch dann dürfen wir auch schon 70 fahren jetzt leipzig endet dort fahren wir rechts auf die autobahn sehr sehr schön so da wären wir 190 kilometer noch bis berlin tempomat und dann ist das schön zu fahren dann fangen wir mal links wir haben schon direkt oder war das jetzt 100 ne war 100 ne dürfen wir ja dürfen wir ja fahren weiterhin auf der a9 die kennt ihr ja schon im ersten teil so wir holen hier mal die feuerwehr ich hoffe ja mal dass mir heute keiner in die karre fährt habt ihr das gesehen habt ihr das gesehen wenn ich nicht reagiert hätte da bin ich auch dran auf die spur anzufahren ja ja ich wollte auf die mittlere spur die war eigentlich schon drauf halb ich hatte einen blinker an der fährt trotzdem auf die spur und fällt mir fast in die karre es ist wirklich also wahnsinn wirklich so passieren die unfälle genau so echt wahnsinn wirklich wie gesagt ich habe ja meine meinung zu dem ki schon gesagt aber da kann auch keiner was führen das kann ja nur der entwickler des spiels beheben damit meine ich nicht fest ist die haben das spiel nicht entwickelt sondern bei aerosoft wir haben dieses spiel entwickelt und die können da was dran ändern dann stand wieder so ein schild das habe ich gar nicht gelesen was da jetzt erlaubt war reine hundert ich glaube ich nicht richtig gelesen habe jetzt ist wieder 100 hier ist die baustelle 80 ist logisch die war noch nicht weit gekommen mit ihrer baustelle und ehrlich sagen das ist ja nichts neues das ist ja in der realität auch so dass das ewigkeiten dauert auf autobahnen also von daher ist es in dem punkt wieder sehr sehr real das spiel wenn du hier bist das ist ja das ist absolut alles das ist ja 's So, hundert Kilometer dann gleich noch. Ich bleibe ja dahinter. Bis bald auf der Spur. So, nutzen wir mal das Rechtsfahrgebot in Deutschland. Wenn die Spur rechts frei ist, sollte man auch rechts fahren. Weil das scheinen einige immer noch nicht ganz verstanden zu haben. Für die ist die linke Spur ja quasi reserviert. Wenn man dann selber mal nach links fährt, weil man jemanden überholen möchte, dann kommen die von hinten angewetzt und machen Lichthupe, sonst würde denen die Spur gehören. Wahnsinn, ich reagiere da gar nicht drauf. Ich bleibe da einfach stur auf der linken Spur, überhole den, den ich überholen möchte und dann fahre ich wieder rechts. Weil die Autobahn ist für alle da und nicht für solche Leute, die irgendwie meinen, nur weil sie da in Geschwindigkeitsrausch sind, irgendwie die linke Spur gepachtet haben. Also das habe ich überhaupt nicht gerne. Das kann ich gar nicht ab. Und mit Lichthupe und so braucht man sich da schon gar nicht zu versuchen zu verscheuchen. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Läuft total ins Leere. So, 70 Kilometer noch. Ah, wir müssen gleich rechts. Dann fahren wir rechts rüber. Ich will die Ausfahrt nicht verpassen. Wir setzen schon mal den Blinker. Nämlich jetzt hier die Ausfahrt kommt. Dann setzen wir uns in die Ausfahrt und bremsen. Und zwar müssen wir ganz rechts. Das heißt, wir lassen den Blinker noch an. So, ich nehme es vor rum. Wir müssen den Blinker jetzt ausmachen. Dann fahren wir hier schön geschmeidig mit 40 in die Ausfahrt. Wir müssen hier nicht an die Leitplanken decken. Weil, wie gesagt, die sind teilweise etwas eng für unseren Bus. Und deswegen fahre ich immer so ein bisschen langsamer als vorgeschrieben. Sollte die im Übrigen auch tun. Weil, wie gesagt, man ist sonst ruckzuck in den Leitplanken drin. Und das wäre natürlich nicht so schön. Es gibt nur wieder unnötigen Punkteabzug. So, jetzt sind wir auf der A2. Richtung Berlin. So, bleiben wir hier rechts. Aber wir müssen uns gleich eh abfahren. Seien wir mal dahinter. Flughafen ist ja auch in der Nähe. Na, wir sind jetzt der KI im Blinker. Das ist doch schon mal was. Habt ihr es gesehen? Der grüne Vorwärts? Ja. 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 80 ist hier, dann wollen wir das auch so beibehalten. So jetzt wieder 100. Und gleich abermals abfahren. Ne, wir fahren rechts. Ich fahre jetzt einfach mal hier rüber. Wir sind noch in Berlin stand geradeaus. Rechts war Potsdam. Ja, ja genau, Oranienburg, Berlin, Potsdam. Ja, wir bleiben weiter geradeaus. Ah, sehr schön, der hat mitgedacht, der Kollege. Vielen, vielen Dank. Sind wir auf der A-115. Schnell geht's. Guckt euch das doch bitte mal an. Das gibt's doch gar nicht. Die wechseln einfach rüber. Das ist doch nicht normal. Entschuldigung, bitte. Habt ihr das gesehen, ey? Weil es das zweite Mal sich ausweichen musste. Es gibt es nicht. Das ist ja lebensgefährlich, wie die fahren. Das ist ja lebensgefährlich, wie die fahren. Ne, meine Güte noch mal, ey. Habt ihr das gesehen, wie ich da ausweichen musste? Ich hab voll in die Reihen gekracht, aber volle Möhre. Der absolute Wahnsinn, wirklich. Der hätte nicht mal mehr Bremsen geholfen. Ich hab ja gebremst, aber der hätte nicht gereicht. Ich musste ausweichen. Auf die rechte Spur. Komm mal nur von Glücksinger. Das sah keiner vor zu dem Zeitpunkt. Das ist lebensgefährlich. So passieren die Unfälle auch. Tödliche Unfälle ist total. So, herzlich willkommen in Berlin. So. Da müsste immer die Blitze stehen, weil dein Fotoapparat auf sich ist. auf der Karte abgebildet ist. Ja. Und da kommt sie. Da steht die hübsche Blitze. Ne, doch nicht. Das war nur so ein Infosteller. Ach, das wäre eine Blitze. Sah nur so aus, aber war keine. Was ich aber weiß, dass wir gleich links rüber müssen, weil ich da schon so ein bisschen auf der Karte das Haltestellenzeichen blicken kann, erspären kann. Das heißt, wir müssen gleich mal sehen, dass wir links rüber kommen. Wenn man uns denn lässt, das ist ja auch immer wieder so eine Sache. Ich das so im Rückspiegel sehe. Naja, schauen wir mal. So, die fahren hier links ab. Dann kann ich ja noch rüber fahren. Das ist links ab, die Gaspur hier. Ja, dann. Dann habe ich ja noch Zeit. So. Dann fahren wir jetzt mal links. Wenn wir jetzt links rüber fahren. Genau. Nächste, dann passt das auch. So. Genau. Hier ist nämlich unser Busdepot. Beziehungsweise unser Haltestelle. Das ist die Schranke. Genau. Hier fahren wir rein. So, Kollege. Die Schranke auf. Vielen Dank. So, dann fahren wir hier rum. Dann außen rum, so wie ich das sehe, oder? Haben wir hier? Ja, wir fahren hier rein. Gut. Da steht schon Kollege. Da steht noch einer. Uh, hier ist 30. Und die nächste Buchse ist dann unsere, oder? Da. Hier. Da müssen wir rein. Ein bisschen näher hier am Bordstein rum. Wir brauchen auch hier ordentlich drinstehen. Gut. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Ja, fahrt mehr Bus. So. Machen wir mal den Bus aus. Und dann würde jetzt, oder kommt jetzt, Ankunft Berlin Zopp. Das würde sich jetzt... Sehr geehrte Damen und Herren. Ach, das habe ich zu spät. Wir nähern uns jetzt der End- und Zielhaltestelle Berlin Zentrale Omnibus Bahnhof. Das ist jetzt zu spät. Wir wollen uns von allen Fahrgästen verabschieden und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir sie daran erinnern, ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Berlin einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Dear Ladies and Gentlemen, we are now approaching our final destination, Berlin Central Bus Station. We would like to bid farewell to all passengers here and hope that you have had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and ensure that you do not leave anything on the bus. It has been a pleasure to welcome you as our passengers and we hope that you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay or a safe onward journey in Berlin. Have a safe trip and goodbye. Ja, das habe ich jetzt zu spät abgespielt. Das hätte ich normalerweise abspielen müssen, wo ich von der Autobahn gefahren bin. Das wisst ihr ja, das habe ich euch ja schon mal erklärt. Aber ich denke mal, Nobody's Perfect. Ich habe das durch die ganze Laberei jetzt total verschwitzt. Wie gesagt, das spielt man normalerweise ab, wenn man von der Autobahn runterfährt. Ich habe es jetzt leider verspätet abgespielt. Kann passieren, Nobody's Perfect. Na ja. Und jetzt als allerletzte Ansage würde jetzt kommen die Verabschiedung Busfahrer. Die spiele ich euch jetzt mal ab. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme und komfortable Fahrt und konnten sich währenddessen etwas entspannen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und würde mich auch im Namen unserer Busgesellschaft freuen, Sie bald wieder an Bord als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Säge Tschüss und auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde auch gerne Sie auf diesem Punkt wünschen. Ich hoffe, Sie hatten eine leise und komfortvolle Reise und konnten sich ein bisschen relaxieren während der Reise. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag vor. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag vor. Und ich, auf behalf unserer Bus-Kompany, freue mich darauf, Sie wieder auf Bord anbord, so schnell wie unsere Fahrgäste. Schönen guten Tag und sehen Sie bald. Ja, das war sie also, unsere Tour von München nach Berlin über Leipzig Hauptbahnhof. Wenn euch das ganze gefallen hat, würde mich das sehr freuen. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, damit ich Feedback habe. Wie gesagt, das ganze stammt von Fairsystems und Design, dieser ganze Bus-Bord. Ich finde ihn sehr, sehr gelungen. Es werden noch viel, viel mehr Touren kommen, mehr Szenarien kommen. Wie gesagt, es sind immer unterschiedliche Busfahrer am Start. Echte Busfahrer, die das Ganze einsprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, absolut gelungene Arbeit. Freut euch auf die nächste Tour. Es werden noch viele Touren kommen. Bis dahin sage ich Ciao, Servus und Tschüss. Wenn euch das ganze gefallen hat, lasst, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Denkt daran, was in Zukunft auf meinem Kanal kommt. Mehr Szenarien mit Fairsystem Sound Design, auch im TS. Ich stelle euch die Repaints vor und und und. Das alles in Zukunft auf meinem Kanal. Bis dahin sage ich Ciao, Servus und Tschüss. Euer Denny Spieters. Haut rein. Macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.